Rasiert. Hab mich rasiert. Komm. Hab mich rasiert. Ist tot. VW. Du auch noch. Komm her. Rasiert. Anders kann er eh nicht spielen. Warte. Wieder ein neues Gameplay am Start. Diesmal spielen wir die Finals. Neue Season. Season 2. Ich finde das Spiel ganz geil, muss ich sagen. Manche Sachen sind natürlich nicht so geil, aber einiges ist an dem Spiel schon ganz cool. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr das Spiel schon getestet habt und wie ihr dieses Spiel findet. Gerne schaut auch im Stream vorbei. Wir streamen täglich auf TikTok und auf Twitch, wenn ihr gerne mitspielen wollt, wenn ihr quatschen wollt, wenn ihr lachen wollt. Wir freuen uns auf neue Gesichter, neue Namen. Und nehmt nicht alles so ernst, was ich hier im Stream sage oder in meinen Videos. Ja, am Ende des Tages ist es nur entertaining und Spaß ist ja dabei. Vielen Dank für den Support dafür. Lasst noch gerne einen kostenlosen Abo hier auf YouTube und jetzt viel Spaß bei zwei Gameplays von The Finals. Fight! Wisst ihr, was ich meine? Manchmal musst du laden und du brauchst es. Let's go. Okay, jetzt müssen wir wirklich mal eine verschwitzende Runde spielen gerade. Da, jetzt müssen wir wirklich rasieren kurz. 20 Bombs schnell. 20 Kills muss ich jetzt schaffen, außer meine Teammates sind komplett wieder lost. Sniper. Weg dich. Ich hasse diese Sniper. Da rechts sind die von mir. Da, Sniper. Junge, reg mich nicht auf. Warte. Da rechts. Warte. One-Shot. Mach, Bruder. Warte. Zieh dich hoch. Hier, noch. Oh mein Gott. Wow. Woohoo. Fuck. Was war das? Zieh dich hoch. 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 Warte, ich hab ne andere Idee. Ich hab ne andere Idee. Warte. Hoch. Wenn so. Noch eine. So. Jetzt machen wir das Schock. Bist du tot. Bruder, was? Nein, nicht. Es sind zwei. Es sind schon wieder zwei. Bruder, Herr hat's auf Händchen zu halten. Ihr verdammten Sche... Wie die Händchen halten, Mann. Was zum Teufel sehe ich hier? Nochmal. Hochziehen. Ich komm nicht hoch, Bruder. Ich komm nicht hoch. Geh hoch. Geh hoch. Jetzt bin ich oben. Wenn jetzt bin ich hoch. Ist er nicht mehr hier? Die waren doch hier. Tot. Alles habe ich gemacht und dann... Was für eine Scheiße. Hast du das gerade gesehen? Mein Play war schon... Schon ein nices Play. Sei ehrlich. Was ich gerade machen wollte. Aber es dauert zu lange. Würde ich nicht das hier haben, sondern einfach L2, L3, L1. So war es, wäre das zehnmal schneller. Der Scheiß. Sniper oben. Verstehst du das? Ich meine. Das dauert alles zu lange, bis du das plant und so. Scheiße. Geh hoch. Geh hoch. Hier. Wo ist der Brie? Oder was, Mann? Oder wie verschwitzt es gerade hier ausschaut. What the fuck? Geh hoch. Wo ist der Brie? Ab ihn tot. Da war noch einer. Da war noch einer. Ich höre ihn. Geh hoch, 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 hoch. Bruder, diese beschissene Geschütze. Ich schwör auf alles. Das ist so noobige Scheiße. Nope. Nein, Bruder. Wo bist du? Bruder, ey, one shot. Fuck you, one shot, bro. Fuck you, one shot. Komm her. Hab dich rasiert. Lösch dich. Bruder, da. Wie er rasiert, Bruder, der Brie. Hab mich rasiert. Aber es ist verschwitzt da, die Lobby. Man merkt es schon. Das Movement von den Gegnern ist besser als die vorher. Wo sind die? Er will mich messern. Er will mich messern, Train. One shot. Ach, komm. Ich werde vom zweiten angeschossen. Schau, ich... Keine Solo-Fights. Keine Solo-Fights. Da oben. Siehst du den Sniper da vorne? Da. Wenn ich reden könnte, würde ich sagen, deine Mutter ist das Allerletzte. Schau ihn an. Er kommt nicht mal irgendwo her, wo wir sind. Weißt du? Komplett nicht Objective-Spieler. Ich hasse solche Leute. Spieler. Es ist wie die Pest, hasse ich diese Leute. Die macht das ganze Scheiß-Gameplay immer kaputt, solche Leute. Weil die anders eh nicht können. One shot. Komm. Hab mich rasiert. Lösch dich. Wo ist dein Teammate? Der war auch hier irgendwo. Wo ist er? Nein. Lass mich in Ruhe, Bruder. Ah, da ist er oben. Warte. Schau, das ist das Problem schon. Ich muss rüber wechseln. Dieses Timing, das ist so dumm. Der ist tot. Vor wem läufst du weg? Vor deiner Mama? Komm her, du auch noch. Komm her. Rasiert. Da. Das ist so geil. Oh mein Gott. Er messert uns schon wieder der Nix. Anders könnt ihr eh nicht spielen. Wiss. Die stehen alle irgendwo rum und schießen nicht von irgendwo an. Anstatt einfach mal auf Objective zu gehen. Ich bin da, Teammates. Ich bin da, da vorne. One shot. Schau, schau, wie er wegläuft. Du schießt die an und er läuft wieder direkt zu seiner Mutter. Warte. Ich weiß, dass ihr hier oben seid. Da, er läuft einer runter. Schau, schau, wie er wegläuft. Der Nächste, der wegläuft, Train. Dann stellt er sein scheiß Geschütz auf. Du P... Schau ihn an. Anders kann er eh nicht spielen. Warte. Gute Art. Nur daher habe ich sich gerade rasiert, ha? Das nennt man, das nennt man einfach umlaufen, du Hund. Du Hund, du. Rasiert. Ey, das ist so geil einfach, wie die rasiert werden. Das ist so geil, wie die rasiert werden. Wollte ich nicht wissen. Das ist auch... Er schaut ganz in eine Richtung. Anstatt einfach mal in eine andere Richtung zu schauen. Klar wirst du dann rasiert. Ich gehe mal auf die andere Seite rüber. RIP. Auf die andere Seite rüber. Gibt es irgendwo noch Gegner hier? Warte, warte, warte. Du schießt ihn einmal an, er läuft direkt weg. Uwe. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Warte. Wo ist er? Über mir, oder? Es ist so dumm, dass du so Wege laufen musst, weil du nicht anders hochkommst. Da. Oh, Moment. Timm ich um und er ist tot. Der dachte, er hat wirklich, er kann hier hochkommen und sonst rasieren. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Nein, er messert mich. Er messert mich, weil er eine Ehrenloter ist. Schau dir das an. Das ist so lächerlich. Das ist so eingetan, mit diesen Messern. Unsichtbar um Messern. Es ist nicht so krass, dass Aim Assist hier. Auf Kontrolle. Verglichen mit Call of Duty sowieso nicht. Schade, dass man keine Sekundärwaffe noch haben kann. So eine Pistole wäre ein Art Zucker. Zge, zge, zücke. Ich gehe rechts rüber. Da läuft schon einer. Bruder, was habe ich für einen Aim? Komplett Haram Aim. Ich gehe mal hier rüber. Ich hätte doch nicht. Ist hinter mir noch jemand? Genau, auf der Plattform. Wo sind die ganzen Haram Gegner? Er hat schon von rechts eingeschossen. Gut, Jake. Ah, hier. Bruder, was? Er so, ich schluck wie meine Mutter. Und deswegen schluck ich. Keine Ahnung, wie der geschluckt hat. Bruder, wo sind die ganzen Gegner? Ich sehe die alle nicht. Ja, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein. Weiß halt noch nicht, von wo die kommen, Alter. Da vorne, Jake. Hier vorne. Bei mir, bei mir. Hier. Einer tot. Jack, ich brauche den Weg. Warte, ich töte ihn. Hab ihn, hab ihn. Äh. Nein, ich werde angeschossen. Ich werde angeschossen. Einfach gucken, von wo die schießen. Wo ist er? Habt ihr den Tod? Ähm. So, so, so 16 gegen 16 wer Zucker, das Game, ich schwöre. So, so ein Erwurungsmodus. Wie ist der Brille dahinten gestorben? Ich geh mal weiter. Bei Gott, bei der da landet jemand. Ja, warte. Hier war noch jemand irgendwo, oder? Weil ich hier vorne, warte. Alles gut, tot. Wo noch? Benutz deine Sachen, die du hast. Ich geh mal hier hoch. Ah, hier bei mir, bei mir, warte, Sniper. Habe ich. Hier war noch einer bei mir, warte. Das meine ich, schau, das meine ich. Wie habe ich den Kill nicht bekommen? Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Oh, scheiße, da regt mich Ente auf. Und was, was mich auch aufregt, ist, dass du runterfahren kannst voll oft irgendwo, Jake. Das ist komisch. Ja, Mann, das Seil ist runter. Wo, 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 wo? Bin wieder auf dem Board. Wo sind die Wichser? Keine Ahnung, wo die sind. Die kommen nicht mal zu uns, Mann. Voll boring as fuck. Da kommt einer. Da, da, da. Bei mir, One-Shot. Geht hier rein, Jake. Ich glaube, ich. Ich bin auf dem Dach. Ich weiß gar nicht, ob auf Playstation Crossplay ist, bei dem Spiel. Moin Train. Ich weiß es gar nicht. Oben auf dem Dach. Bei mir? Achso. Ja. Noch einer? Wo sind die? Was für ein AIM an hier, Digger? Das ist ja echt easy going, Digger. Findest du? Ich finde Call of Duty ist leichter, ey, als hier, Jake. Ja, das ist easy, Digger. Schau mal, wie ich hier rumjump, Digger. Ja, jump ist aber nicht AIM, Digger. Hier, bei mir. Hier, bei mir. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Irgendwo da. Hier. Er denkt, er kann sich unsäglich war machen. So ein Hund. Was ist bei dem Bril los? Hinter mir, hinter mir. Wo? Man kann nicht markieren, schade. Irgendwo. Was heißt hinter dir? In welcher Richtung? Ich habe keine Ahnung, was hinter dir ist. Du kannst markieren auf links nach oben. Hä, nee. Also, wenn du siehst. Weh, markiere ich? Kann man markieren, oder was? Wo? Wo sind die Peneros? Bruder. Nein, ich komme nicht hoch. Was? Oh, wo? Ich sehe die nicht. Aber wenn du markierst, sehe ich ja trotzdem. Es gibt ja keine Mini-Map, Jake. Bei dir. Ah, da, die Seite. Warte. Bruder, wo sind die? Ah, da unten, da unten. Ich sehe die. Ich sehe die. Warte. Schau mal, er checkt nicht mal, dass ich ihn anschieße, der Brie. Passiert? Er checkt nicht. Oh, der Bix hat einen Granatenwerfer gehabt. Zwei gegen drei gegen eins, also Ficker. Hab ich. Tot. Sorry, hab ich, hab ich. Ich hole dich, Jake. Warte. 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 Wie kann man nehmen nochmal? Man kann so dieses Teil nehmen irgendwie. Keine Ahnung. Er hat den Gold, Jake. Er hat den Gold, Abi. Wo sind sie? Tot, tot. Glaube ich. Ich komme hier hinter. Ich gehe hinter. Doppel Dreieck. Doppel Dreieck. Vorbei für die, glaube ich. Wir haben rasiert. Da unten, Jack. Da unten. Bei dir, bei dir, Jack. Bei dir, bei dir. One Shot. Hab ich, hab ihn, hab ihn, alles gut. Ja, weil die, weil Time to Kill so hoch ist. Ja, natürlich, das ist das Problem. Die Time to Kill, du hast so viel Leben in dem Spiel. Hier oben bei mir, Jack. Bei mir, bei mir. Ich mach ein Ziel, ob ihr geballertet. Ja, ja, aber sag mal froh. Sonst bist du ja tot. Ich bin oben auf dem Dach. Hier slapper. Hier ist der bei mir. Hab ich? Ich brauche Hilfe. Der Bastard mit dem Granatenwerfer. Ich schwöre, das ist ja unglaublich. Der Wohrensohn. Bruder, wie du. Der ausflippt. Jetzt oben auf dem Dach. Bei welchem Dach? Gegenüber Dach. Gratenwerfer, Digga. Bastard. Da muss man sich stehen, Digga. Ja, was ist jetzt? Dreckiger Bastard. Ja, es gibt immer Leute, die dich langweilen werden. Hier. Warte, bei mir, unter mir, Jack. Oder? Wo ist denn der? Bei mir irgendwo. Äh, bei mir. Hier. Nein, Leben. Rüber. Hab ich. Bruder, was mach ich mit denen train? Nein. Warte. Ich fände... Nein! Das ist so schmutziges Spiel. Bruder, das ist, wo es geht. Das Spiel ist so schmutz einfach. 12 Kills schon. Das ist so Schrott in diesem Spiel, dass du irgendwo reinfallen kannst und nichts machen kannst. Das ist so dumm einfach, finde ich. Keine Ahnung. Kompletter Rahmscheiß hier, wenn du so reinfallen kannst irgendwo. Das fühle ich überhaupt nicht in dem Game. Bastard. Sehr gut, komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Wo, 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 bei dir? Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Warte. Boah, der Typ hat echt schlau gerade gespielt, der Hund. Aber er wird trotzdem sterben. Ich hole dich. Wie kann ich... Es geht nicht. Es geht nicht. Hallo? Es geht nicht zweimal Dreieck. Was laberst du, Train? Zweimal Dreieck. Keine Ahnung, es geht nicht. Hol dich so. Es geht nicht zweimal Dreieck. Steh auf. Es ging... Ich konnte ihn nicht hochheben, den Bray. Da oben, Jack. Hier oben, hier oben, hier oben, hier oben. Hier, Jack. Bei mir, Oni. Ja, keine Ahnung. Schmeißen Nähdach, schmeißen Nähdach hoch. Schmeißen Nähdach hoch. Auf dem Teil rein. Das ging bei mir nicht. Zweimal Dreieck. Keine Ahnung. Oh mein Gott, was habe ich mit dem Bray gerade gemacht? Sei ehrlich? Ultimativ rasiert. Sei ehrlich? Ultimativ rasiert. Was habe ich mit dem Bray gemacht? Warte, in der Luft. Ich kann dich holen, warte. Wo liegst denn du überhaupt? Ah, du bist da vorne. Ne, der holt... Ich hole dich, warte. Tanks sind scheiß Haram in dem Spiel. Ja, warte, ich hole dich. Wie kann ich ihn jetzt ziehen? Ich weiß nicht, wie ich euch ziehe. Es geht nicht, keine Ahnung. Man kann nur diese Figur nehmen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Jack, den anderen hättest du beleben können neben mir. Wurscht. Ich hole ihn auch noch schnell. Einfach der beste, beste Sunny. Geborene Sunny, seid mal ehrlich. Bin ich geborene Sunny? Schmeiß deinen Nades rein. Schmeiß deinen Nades oben rein. Einfach auf die Plattform Nades, schau. Und noch einen Nades. Boah, das läuft nicht. Hab ich. Einfach bester Sunny. Einfach bester Sunny. Wo sind die Gegner? Drüben. Jack, wir müssen drüber. Wir müssen drüber. Oh mein Gott. Nein. Ich mein sterben. Schmeiß einfach Nades da rein. Nades da reinschmeißen. Zack. Blenden rein. Zack. So. Ja, geblendet habe ich, aber es bringt nichts. Es sind zu viele da oben drauf. Warte. Wie viele sind denn da oben, Bruder? Was ist das? Alle Gegenswert, die sich äpfeln oder was? Blendet sie da oben. Nadesi da oben. Nadesi. Bruder, was mache ich da? Schmeiß Nades rein. Schmeiß alles rein, Jack. Schmeiß. Schmeiß. Bruder, schmeiß. Schmeiß. Bruder, der eine gibt den ganzen Leben den anderen Hund. Mann, das ist so lächerlich. Schau mal. Was willst du da machen? Schmeiß Nades rein. Zack. Wani habe ich. Warte, ich mache mich unsichtbar jetzt, wenn ich gefickt, Jack. Warte. Du bist tot. Wani, da ist nur noch einer. Da ist nur noch einer. Wani, da ist nur noch einer. Da ist nur noch einer. Geht rein. Geht rein. Bruder, alles muss ich machen hier, Mann. Ab, Jack. Einer nur noch. Hier ist noch jemand rein. Hallo. 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 Warte, ich hole ihn. Ich hole ihn. Hallo. Alle getötet. 19 Kills. Jeff, ja, ja. Später spielen wir Call of Duty. Boah, was habe ich gerade mit dem platziert? Ich bin alle auf der Plattform. Ja, Jake. Ich bin so platziert gerade. Bruder. Ich schaue, das ist einfacher als Call of Duty. What? Bruder, was? Was? Kannst du mich beleben, Jack? Ich stehe neben dir. Der schluckt wie seine Mutter als scheiß Tank-Spieler. Scheiß Tank-Spieler. Danke für die Belebung. Tank-Spieler sind so aram. Geh weg. Ich hole ihn noch. 19 Kills. Alter, ich war schlecht für zwei oder drei. So radiert.